Früher oder später kommt jeder Self-Publisher an einen Punkt, wo man sich über Amazon, KDP, Research Tools Gedanken machen muss oder sollte. Weil diese Tools machen einen immensen Unterschied zwischen. Weil wenn du einfach die Möglichkeit hast, Keywords nach Suchvolumen auszuwählen und deine Konkurrenten auszuspionieren, dann ist das einfach ein sehr, sehr großer Wettbewerbsvorteil. Schnell stößt man dann auf Tools wie Helium 10, Publish Rocket oder auch andere Tools, die genau diese Analyse-Möglichkeiten für uns bieten. Die sind natürlich sehr, sehr umfangreich, haben aber auch ihre Schwächen. Ein großes Manko für gerade alle Einsteiger ist halt oftmals der Preis. Bei Helium 10 beispielsweise kostet der Standardplan fast 100 Dollar pro Monat, wenn man meinen Krabat-Code nicht nutzt. Und sind wir mal ehrlich, wir nutzen eigentlich bei Helium 10 genau drei Tools, das ist Blackbox, Cerebro und Magnet. Oder auf der anderen Seite das Tool Publish Rocket, welches zwischen 200 und 300 Dollar kostet mit einer Einmalinvestition. Hat zwar gute Features, aber beispielsweise können wir mit Publish Rocket keine direkte Recherche in Amazon machen. Und genau dann ist man als Self-Publisher gerade ihr Einsteiger in einem Zwiespalt zwischen viel Geld ausgeben oder auf der anderen Seite keine Research-Tool-Möglichkeiten zu haben. Und bisher hat es eigentlich kein einziges Tool so richtig geschafft, genau diesen Spagat zwischen gutem Research-Tool mit guten Funktionen und zu einem günstigen Preis zu meistern. Naja, bis jetzt. Heute nehme ich mit dir gemeinsam das Research-Tool Seller Sprite ganz genau unter die Lupe. Und wir finden gemeinsam heraus, ob Seller Sprite wirklich das perfekte Gleichgewicht schafft zwischen Preis und Leistung. Bleib also bis zum Ende dran, damit du dir ein komplettes Bild machen kannst und hoffentlich die richtige Entscheidung für den langfristigen Erfolg deines KDP-Business treffen kannst. Was ist Seller Sprite? Seller Sprite ist natürlich wie Helium 10 und Publish Rocket auch ein Research-Tool für Amazon generell, aber natürlich auch nutzbar für Amazon KDP. Wir können in Echtzeit Daten analysieren, wir können Konkurrenten ausspionieren und haben noch viele weitere gute Funktionen. Also eigentlich genau das gleiche, was Helium 10 macht, aber zu einem viel günstigeren Preis. Die wichtigen Funktionen ganz kurz runtergebrochen, bevor es dann tiefer in die Analyse reingeht. Wir haben natürlich die Produktrecherche, ja, wir können herausfinden, welche Produkte sich wie gut verkaufen. Wir haben die Keyword-Analyse, ja, Suchbegriffe entdecken, die sehr, sehr viel Traffic und Suchvolumen aufweisen können. Konkurrenz können wir checken, wir können genau gucken, was die Wettbewerber machen und was wir besser machen können. Und wir können unser eigenes Ranking überwachen, Listings optimieren und Platzierungen überprüfen. Günder, hallo? Hi Matthias, das ist zwar schön und gut, was du alles erzählst, ja, aber bevor wir weiter ins Video einsteigen, will ich wissen, wie viel das kostet, sonst schaue ich dein Video gar nicht mehr weiter an. Ist das klar? Ja, alles klar, Günder, dann zeige ich jetzt mal den Preis für Seller Sprite. Normalerweise kostet Seller Sprite 79 Dollar pro Monat und bietet genau die Funktionen wie beispielsweise Helium 10. Ich bin aber natürlich ein Fuchs, habe mit den Kontaktleuten von Seller Sprite geschrieben und einen grandiosen Deal rausgeknallt. Und zwar, ihr müsst auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung anklicken, nur dann zieht das ganze Prozedere auch. Ihr bekommt Seller Sprite für 20 Dollar im Monat. 20 Dollar. Eine gleiche Funktion wie Helium 10, viel besser als Publisher Rocket für 20 im Monat. Ich hoffe, auf dieser Grundlage können wir jetzt die ganzen Tools, Funktionen von Seller Sprite genau durchgehen. Und das Wichtigste, der Preis ist schon mal geklärt. Die Benutzeroberfläche von Seller Sprite. Wir befinden uns auf der Benutzeroberfläche von Seller Sprite.ai. Und was ich schon mal sehr, sehr cool finde, es ist sehr, sehr intuitiv aufgebaut. Ihr könnt hier oben eure Profileinstellungen machen. Und hier oben haben wir schon die Sektion Tools. Und jetzt schaut euch einfach mal diese Bandbreite an Tools an. Genauso viel wie bei Helium 10, aber es gibt einige Features, die wir in Seller Sprite direkt mit dem Standardplan bekommen, die es bei Helium 10 halt im Standardplan nicht gibt. Es würde auf jeden Fall den Rahmen sprengen, alle Features durchzugehen. Deswegen fokussiere ich mich auf die wichtigsten, die Amazon KDP relevant sind. Die anderen Sachen teste sie gerne aus, um einen besseren Überblick zu bekommen. Ganz grob gesagt haben wir vier große Felder. Die Produktanalyse, Listings optimieren, Free Tools und die Keyword Analyse. Ihr könnt euch einzelne Module hier in die Favoriten hinzufügen. Ein sehr, sehr cooles Feature, was ich so jetzt auch noch nicht gesehen habe. Das heißt, wenn ihr immer die Keyword Research benutzt, die Keyword Recherche, dann fügt es als Favorit hinzu und schon taucht es oben auf. Und ihr könnt es immer als Quick Access quasi direkt drauf zugreifen. Hier ist nochmal alle Features aufgelistet. Ganz grob zusammengefasst den Opportunity Final, also den Finder von Möglichkeiten. Hier alles rund um Keyword Optimierung, Operations in Analytics und Free Tools. Wenn ihr beispielsweise hier auf Competitor Lookup, also die Analyse der anderen Konkurrenten, draufklickt, dann klickt ihr mal auf Get Start. Ihr könnt euch auch einen Guide dazu durchlesen, sehr, sehr cool und ein Video und ein Tutorial dazu anschauen. Wenn ich auf Get Start klicke, dann seht ihr, dass wir in der Funktion Product Analysis drin sind. Und hier sind diese ganzen Tools vom Anfangsbildschirm auch nochmal aufgelistet. Für dieses Tutorial nutzen wir die sehr, sehr gute, aktuell unglaublich starke Nische der Heißluftfritteusen Rezeptbücher. Unser Beispielbuch ist dieses Heißluftfritteusen leicht gemacht Rezeptbuch. Und in der ersten Sektion können wir die Asien eintippen und direkt erste Informationen vom Produktlisting bekommen. Aktueller Bestsellerrang, wie viele Bewertungen, wie gut die Bewertungen sind und auch noch andere Informationen, wie zum Beispiel Kategorien. Für den ersten Überblick schön und gut, aber da geht bestimmt noch einiges. Das zweite Tool ist die Product Research, die Produktrecherche, was das Pendant quasi zur Blackbox von Helium 10 ist. Ihr selektiert den Marktplatz, je nachdem, auf welchem Marktplatz ihr Konkurrenzanalyse durchführen möchtet. Ganz arg wichtig, ihr wählt die Kategorie Bücher aus. Die könnt ihr hier nicht direkt auswählen, ihr müsst es oben eintippen. Bittet ein Bücher, selektiert Bücher, habt es als Filter hinzu und klickt Bestätigen. Und jetzt könnt ihr verschiedene Informationen eingeben. Ja, zum Beispiel, zeige mir bitte alle Bücher, die einen Mindestpreis von 15 Euro haben, die monatliche Sales von mindestens 400 haben, die XY Sterne haben. Und wenn ihr das alles eingetippt habt, dann klickt ihr auf Search Now und findet dann alle Informationen bzw. alle Bücher, die für eine weitere Nischenrecherche infrage kommen. Das nächste Tool, Keyword Research. Wir haben hier den Marktplatz, die Möglichkeiten, verschiedene Marktplätze auszuwählen. Wir können einen Monat selektieren, zum Beispiel, zeige mir Suchvolumen von XY Monat an. Wir können hier extrem viele Sachen herausfiltern und zum Beispiel hier unser Heißluftfritteusen Rezeptbuch Keyword. Ein Tipp, wenn wir auf Search Now klicken, dann bekommen wir alle Ergebnisse aufgelistet, die zu unserem Suchanfragekriterium Heißluftfritteuse Rezeptbuch relevant sind. Zum Beispiel Ninja Heißluftfritteuse Rezeptbuch, Buch Heißluftfritteuse Rezepte, Rezepte für Heißluftfritteuse und so weiter und so fort. Und ihr könnt hier noch extrem viele Feinjustierungen vornehmen, wie beispielsweise, zeige mir nur Sachen, die 40.000 Impressionen im Monat haben, die mindestens 1.000 Suchvolumen pro Monat haben. Und ihr seid hier wirklich nicht limitiert und das alles für 20 Euro mit so vielen Auswahlmöglichkeiten ist wirklich krass. Hier die ABA Search Terms könnt ihr auf Wochenbasis beispielsweise Keywörter analysieren und anschauen. Okay, hier die meisten geklickten 3 A sind zu diesem Keyword, sind diese Bücher. Ihr könnt sogar sehen, die Konversionsraten. Dieses Heißluftfritteuse Rezeptbuch hat eine Konversionsrate auf dieses Keyword von 5,5%. Dieses hier hat 22,22%, also viel, viel höher. Deswegen wird es im organischen Ranking auch viel höher angezeigt werden. Und hier könnt ihr euch dumm und dämlich analysieren. Hier haben wir dann das Design Patent. Hier könnt ihr zum Beispiel, was sehr, sehr cool als cooles Feature gedacht ist, direkt auf Patente überprüfen. Hier habe ich irgendwelche Suchbegriffe, die zum Beispiel unter Patentschutz stehen. Das habe ich so in einem Tool auch bis jetzt noch nicht gesehen. Das waren die wichtigsten Funktionen zum Opportunity Finder. Allein hier sind schon wirklich krasse Sachen dabei, die wir in Helium 10 auch haben. Aber wir haben in Seller Sprite noch viel mehr Funktionsmöglichkeiten und immer im Hinterkopf behalten, diese 20 Dollar im Monat. Also sowas werdet ihr bestimmt in keinem anderen Tool finden. Da gebe ich euch Prüf- und Siegel drauf. Wir machen weiter mit dem großen Fall die Keyword-Optimierung. Hier würde ich sagen, ist für uns KDPler, für uns Self-Publisher wirklich das Herzstück dieses Research-Tools. Wir können hier zum Beispiel über Bulk-Mining 200 Keywörter einfügen und uns Daten dazu ausgeben lassen. Oder wir können den Keyword-Magnet mit zum Beispiel Heißluft-Synthös-Rezeptbuch suchen. Und dann werden wir zusätzliche Suchbegriffe bekommen und können hier noch einige Filtermöglichkeiten einstellen. Ja, wie viele Sales macht dieses Keyword und so weiter und so fort. Und jetzt kommt ein Feature, nach dem ich lange gesucht habe. Ich habe es noch nirgends gefunden und zwar folgendes. Hier haben wir beispielsweise unser Hauptkeyword. Heißluft-Fritöse-Rezepte. Ja, oder Rezeptenbuch. Monatliches Suchvolumen 5074 Suchanfragen. Und absolut geisteskrank. Hier, Click-Concentration. Also das gesamte Verhältnis an allen prozentualen Klicks für die Top-3-A-Synths. Das heißt, die Top-3-A-Synths kriegen 43% aller Klicks auf dieses Keyword. Und jetzt geht es noch weiter. Es wird noch krasser. PPC-Bit. Amazon-Advertising-basierender Preis-Pro-Klick. Also ihr könnt auch direkt gucken. Gucken, ungefähr muss ich 38 Cent bieten auf Advertising in diesem Keyword, um relevant zu sein. Aber ich zeige euch gleich noch ein Feature. Absolut gestört. Also bleibt auf jeden Fall dran. Wir sind jetzt ein Tool weiter, immer noch in der Keyword-Analyse. Und zwar die Reverse-A-Synthsuche. Das heißt, ihr tippt eine A-Synths ein und bekommt dann Informationen zu diesem Buchprojekt. Wir haben jetzt hier dieses Buchprojekt. Philips Airfry Rezeptbuch. Keywords 447. Und jetzt könnt ihr direkt richtig geile Sachen sehen. Organisches Suchvolumen 64. Ja, also 64 organisches Suchvolumen. Bezahltes Suchvolumen 428. Das heißt, 95% des Traffics kommt über Advertising. Und jetzt wird es absolut crazy. Passt mal auf. Hier haben wir alle Keywörter, auf die dieses Buch rankt. Ihr seht zum Beispiel für Kauchbuch Heißluftfritteuse haben wir ein organisches Ranking von 70% und 30% über Advertising. Und jetzt kommt es. Ihr könnt sehen, wie viel der Konkurrent auf dieses Keyword bietet. Er bietet 94 Cent auf Kochbuch Heißluftfritteuse. Das heißt, ihr habt direkte Informationen, wie viel bezahlt der in Advertising auf dieses Keyword, damit er dafür auf Nummer 1 rankt. Und jetzt geht ihr einfach 2 Cent oder 3 Cent höher und seid besser als der Konkurrent. Also der Konkurrent muss hier die Hosen runterlassen. Und ich habe es noch nie gesehen in einem Tool, solche Analysemöglichkeiten zu haben. Und wie gesagt, alles für 20 Dollar im Monat. Bei dieser Funktion können wir bis zu 20 Asens eintippen. Das ist ungefähr das Tool Cerebro von Helium 10. Und dann die ganzen Analysemöglichkeiten der verschiedenen Konkurrenten durchzugehen. Und ein Feature, was gerade für so Datenmonks wie mich extrem nervig bei Helium 10 ist. Vielleicht wisst ihr das, wenn ihr Keyword analysiert bei Helium 10. Ihr ladet es als Excel runter. Dann sieht die Excel-Datei aus wie Arsch. Ihr müsst erstmal irgendwelche Daten formatieren. Das kostet euch alles Zeit und Nerven. Und darauf habt ihr keinen Bock, ganz ehrlich gesagt. Bei Seller Sprite sieht das ganze Thema wirklich sehr, sehr ansprechend aus. Wir haben jetzt zum Beispiel hier bei Keyword Mining Heißluftes Rezeptbuch. Alle Daten uns anzeigen lassen. Und jetzt können wir hier die Daten exportieren lassen. Und so sieht das ganze Thema dann aus. Ja, schön formatiert. Die Spalten sind direkt fertig. Ihr müsst hier nicht noch irgendwie Sachen hin und her kopieren oder löschen. Alles direkt fertig. Packt dann Filter drauf und dann geht es los mit der Analyse. So viel zur Keyword Optimierung. Jetzt gibt es hier noch zwei Tools. Einmal das Free Tool und Operations und Analytics. Auf die Free Tools würde ich jetzt nicht unbedingt eingehen. Checkt die mal aus, wenn ihr Zeit habt. Ihr habt ja eh einen kostenlosen Zugang, wo ihr den Standardplan für Free testen könnt. Und dann würde ich sagen, wir gucken mal noch kurz in Operations und Analytics. Und hier haben wir beispielsweise die Ads Insights. Also die Inside-Blicke für Advertising und zwar von den Konkurrenten. Ich habe jetzt hier wieder unser Philips Heißluft Fritteusen Airfry Rezeptbuch reingeknallt. Und welche Daten wir jetzt sehen, ist absolut geisteskrank. So, wir haben 39 Kampagnen. Das heißt, ihr seht, wie viele Kampagnen der Hauptkonkurrent aktuell laufen hat. 39 Adgroups und die sind alle only for Keyword Targeting. Also er benutzt nur Keyword Kampagnen. Absolut geisteskrank. Ihr könnt sehen, ab welchem Monat er ungefähr angefangen hat, Advertising zu schalten. Also solche Dateninformationen habe ich noch nicht gesehen. Wo ihr direkt in den Konkurrenten einsteigen könnt und euch sogar Informationen angezeigt werden, wie viele Kampagnen der hat. Wie viele Keywörter in seinen Kampagnen drin sind. Also absolut gestört. Da könnt ihr wirklich haufenweise Informationen rausziehen und direkt basierend auf diesen Informationen euren Konkurrenten schlagen. Das nächste Related Product. Das könnte ganz interessant sein. Zum Beispiel habe ich diese eine Asien reinkopiert und jetzt werden mir die Hauptkonkurrenten angezeigt. Also was gibt es denn noch für Buchprojekte, die ähnlich zu diesem Philips Airfryer Buch sind. Das ist auch ganz cool, wenn ihr zum Beispiel überlegt, okay, ich möchte ein Philips Airfryer Buch machen. Ihr tippt euren Hauptkonkurrenten ein und da werden euch gleich alle Buchprojekte angezeigt, die ein Pendant dazu sind. Mit direkten Informationen zum Beispiel, dieses Buch ist Platz 1122 in der Kategorie Bücher. Ihr könnt direkt auf einen Blick die ganzen Covers sehen und so sagen, okay, schwarz funktioniert gut, rot funktioniert nicht gut. Wenn ihr zurückgehen wollt auf die Gesamtüberfläche, dann klickt ihr auf euer Profil hier oben und dann klickt ihr auf Overview. Dann seid ihr wieder in der Anfangsmaske von Seller Sprite. Uh, erstmal verdauen. Also ich habe selten ein Research Tool gesehen, was so viele Informationen liefert, so, so viele Daten von Konkurrenten rauszieht. Alle Tools sind wirklich sehr, sehr gut in der Qualität und Analysemöglichkeiten ohne Ende. Fokussiert euch auf jeden Fall auf die wichtigsten Sachen, ja, die für unser Amazon KDP Business relevant sind. Aber kein Helium 10, kein Publisher Rocket gibt euch diese Informationen zu diesem Preis. Bevor wir jetzt aber so ein bisschen ausklingen lassen, habe ich noch einen guten Tipp für euch, weil ihr habt es vielleicht gesehen, ihr habt extrem viele Tools und irgendwann verliert man so ein bisschen den Überblick. Aber eigentlich, praktischerweise möchten wir direkt auf Amazon diese ganzen Analyse machen und nicht auf der linken Seite Amazon haben, auf der rechten Seite Seller Sprite und dann immer hin und her springen. Nein, wir möchten alles kompakt in Amazon machen und genau dafür hat Seller Sprite eine sogenannte Chrome Extension, eine Anwendungserweiterung für euren Chrome Browser. Ihr könnt dann hier auf der Startseite hier runterladen über Download Extension, dann seht ihr hier die neueste Version. Ihr könnt es bei Chrome, Edge, Safari, iPad, was weiß ich, alles hier runterladen. Ihr klickt auf den gelben Button und jetzt zum Beispiel sind wir hier in Chrome. Ihr seht, ich habe es schon hinzugefügt und das ganze Thema sieht dann so aus. Wir sind hier auf Amazon.de in Heißluftredöse Rezepte. Ich habe hier noch Helium 10 aktiv, das machen wir jetzt einmal aus. Ich lade einmal neu, so sieht euer Listing aus, wenn ihr kein Tool habt. Relativ nackig, ich habe keine Informationen. Jetzt aktivieren wir Seller Sprite. Und jetzt geht es ab. Ihr seht schon, diese ganzen Dateninformationen, die wir haben, das ist absolut gestört. Ich habe 15.000 monatliche verkaufte Einheiten zu diesem Keyword. Ich habe einen durchschnittlichen Bestseller-Rang, 30.000 durchschnittliche Preise, 10er, durchschnittliches Rating 4,5, durchschnittliche Anzahl an Bewertungen 282. Da ist ihr auf einen Blick direkt zum Keyword alle Informationen. Wenn wir runterscrollen, dann sehen wir die ganzen Produkte und zwar haben wir direkt unter dem Produktlisting eine Informationsbox mit der Asin. Ihr könnt hier direkt kopieren oder ihr könnt auch direkt in Seller Sprite reinsteigen. Zum Beispiel die Reverse Asin, ihr klickt da drauf, dann öffnet sich Seller Sprite in der Desktop-Ansicht und ihr könnt direkt noch weitere Analysemöglichkeiten in Amazon machen. Also diese Chrome-Erweiterung, die lege ich jedem wärmstens ans Herz, weil ihr habt direkt in Amazon die Analyse-Tool-Möglichkeiten. Ihr könnt alles auf einen Blick sofort analysieren. Ihr habt sogar hier, ich habe es gerade gesehen, ich mache mal nochmal kurz den Bildschirm an. Ihr könnt sogar gucken, ob es TikTok-Influencer zu dem Produkt gibt, ob hier irgendwelche TikTok-Kanäle dieses Produkt bewerben. Also ich habe es noch nie gesehen, sowas. Also, was ist das Fazit von Seller Sprite? Im Intro habe ich gesagt, gibt es ein Tool, was den Spagat schafft zwischen sehr, sehr guter Analysemöglichkeit und sehr, sehr gutem Preis. Und ich muss sagen, Seller Sprite schafft diesen Spagat und zwar mit Sternchen. Wir haben extrem viele Daten. Ich glaube, wir haben sogar mehr Datenmöglichkeiten, Analysemöglichkeiten wie Helium 10. Und wir zahlen ein Fünftel des Preises. Also 20 Dollar im Monat, was mehr als nur fair ist. Also für dieses Tool würde ich auch 50, 60, 70, 80 Dollar hinlegen, was ja eigentlich der normale Plan auch kostet. Aber 20 Dollar pro Monat, lebenslang, nehme ich. Ganz arg wichtig, es funktioniert nur, wenn ihr über den Link unten in der Videobeschreibung euren Account eröffnet. Wenn ihr das einfach so macht, dann zahlt ihr natürlich die 80 Dollar regulär. Deswegen müsst ihr über den Code gehen. Aber ganz ehrlich, 20 Dollar im Monat für solche Informationen geschenkt. Natürlich habt ihr auch mir, ganz arg wichtig, immer einen kostenlosen Testzugang. Ja, der dauert ein paar Tage. Dann könnt ihr kostenlos mal die ganzen Features testen und euch dann entscheiden, passt es oder passt es nicht. Außerdem habt ihr natürlich eine Geld-Zurück-Garantie, was mir immer sehr, sehr wichtig ist. Ich empfehle ja nur Tools, die gut sind, die ich selber benutze, von denen ich volle Überzeugung sagen kann, die sind wirklich was für unser KDP-Business. Und mir ist immer wichtig, dass die Leute auch die Möglichkeit haben, ihr Geld zurückzubekommen. Weil was bringt es dir, wenn ich das Tool cool finde, du findest es scheiße, dann wird schon dein Geld natürlich zurück. Deswegen diese Möglichkeit haben wir bei Sailor Sprite. Jetzt bist du an der Reihe. Schreib mir in die Kommentare, nutzt du schon Helium 10? Kennst du Sailor Sprite? Wie findest du diesen Spagat zwischen guter Analysemöglichkeit und gutem Preis? Ist 20 Dollar vielleicht immer noch zu teuer für dich? Lass uns diskutieren in den Kommentaren. Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung. Und ich wünsche euch viel Spaß mit Austesten von Sailor Sprite.